Der 16. November und wir üben Leinenführigkeit um Hindernisse rüber, so Pfosten, sowas, um ein bisschen Zug in die Richtung zu bringen. Kleine Geschenke erhaltene Freundschaft und die Arbeitsfreude. Der Teil der Übungen mit der Jenny um kleine Hindernisse rüber. Nicht vergessen, der Hund ist 10 Wochen alt und nicht ein Viertel oder ein halbes Jahr alt. Ein Hund, der gut Leinenführig ist. Kannst du ihn sehen. Später ohne Leine vielfach geführt werden. 10 Wochen auf den Berg представля. 9 Wochen auf den Berg. 10 Wochen stattdessen. 11 Wochen nachdem.